Ralf Johannes Lelje ist ein deutscher Byzantinist. Ralf Johannes Lelje wurde 1975 an der Universität München im Fach Byzantinistik promoviert und habilitierte sich 1982-83. am Byzantinisch-Neugriechischen Seminar der Freien Universität Berlin, wo er von 1984 bis 2005 als außerplanmäßiger Professor tätig war. Seit 1992 ist er Arbeitsstellenleiter beim Projekt Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er ist mit der Mediawistin Marie-Luise Favro-Lilje verheiratet. Schriften Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München 1976 Bülzans Kaiser und Reich Bölau, Köln, Weimar, Fien 1994 ISBN 3-412-003948 Bülzans Das zweite Ruhm Siedler Berlin 2003 ISBN 3-886-80-693-6 Bülzans und die Kreuzzüge Kohlhammer, Stuttgart 2004 ISBN 3-1701-70333 Bülzans Geschichte des Oströmischen Reiches 3-2-6-1-4-5-3 Fünfte durchgesehene Auflage Beck München 2010 ISBN 978-3-406-41885-3 Einführung in die byzantinische Geschichte Kohlhammer, Stuttgart 2007 ISBN 978-3-170-18840-2 Dazu kommen weitere Monografien Artikel und Aufsätze aus dem Bereich der byzantinischen Geschichte sowie diverse Mitarbeiten und Herausgeberschaften im Rahmen der Posopographie der Mittelbyzantinischen Zeit